Swiss German Storytime mit Thomas Kapitel 8 Der Gasthof zum Fernrohr Als ich morgens gegessen hatte, hat Squire mir einen Zettel gegeben für John Silver, Gastwirt zum Fernrohr, und hat mir gesagt, ich könne das Haus einfach finden. Weil ich brauche nur an den Docks entlang zu gehen, um nach einer kleinen Taverne rumzuschauen, die als Zeichen ein grosses Messingfernrohr hatte. Über Glücklich über die Gelegenheit, noch mehr Schiffe und Matrosen zu sehen, habe ich mich auf den Weg gemacht. Ich bin durch ein grosses Gedränge von Menschen, und Karren, und Warenballen gekommen. Weil die Tätigkeit an den Docks ist um diese Stunde auf ihrem Höhepunkt gewesen. Schlussendlich habe ich dann auch Tavernen gefunden. Es war eine recht saubere Wirtschaft. Das Schild war frisch gemalt, vor den Fenstern sind hübsche, rote Vorhände gehangen. Der Fussboden war mit reinem, weissem Sand bestreut. Die Schenke lag zwischen zwei grossen Strassen und hatte von jedem Herrn einen Eingang, sodass im grossen, niedrigen Schenkezimmer ziemlich hell war, trotz der dichten Wolken von Tabakqualmen. Die Gäste sahen fast laut den Seeleuten und haben so laut geredet, dass ich an der Tür stehen bleibe bei und fast Angst hatte, einzutreten. Während ich gewartet habe, kam aus dem Nebenzimmer ein Mann raus. Und ich habe auf den ersten Blick gesehen, dass hier der Long John hat sehen müssen. Sein linke Bein war nahe an der Hüfte abgenommen. Und unter der linken Achsel hatte er eine Krücke, die er mit wunderbarer Geschicklichkeit gehandhabt hat und an dieser Ehe herumgehüpft ist wie ein Vogel. Er war sehr gross und stark, mit einem Gesicht so gross wie ein Schinken. Das Gesicht war hässlich und bleich, aber mit einem gescheidenen und lächelnden Ausdruck. Es hat geschunen, dass er eine sehr lustige Laune hätte. Er hat von sich her gepfiffen, als er sich so zwischen den Tisch hin und her bewegt hat und besonders beliebte Gäste mit einem Scherzwort oder mit einem Schlag auf die Schulter begrüsst hat. Jetzt habe ich, um die Wahrheit zu sagen, gerade bei der ersten Erwähnung von Long John Silver im Brief von Squire Trelawney schon befürchtet, er könnte den ebenigen Seemann sehen, nachdem ich vom alten Admiral Bembo so lange Zeit ausgeguckt habe. Aber ein einziger Blick auf den Mann von mir hat genügt. Ich habe den Captain gesehen und den schwarzen Hund und den blinden Battler Pew und ich habe zu wissen geglaubt, wie ein Pirat ausgesehen will. Auf jeden Fall, nach meiner Meinung, ganz anders, als der reinliche, freundliche Schenkwirt. Ich habe sofort neue Mut bekommen, bin über die Schwelle getreten und bin nur straks auf den Mann zugegangen, der auf seine Krücken gelehnt da gestanden ist und sich mit einem Gast unterhalten hat. Ich habe ihm den Zettel hergehebt und gefragt, Herr Silver, jawohl, mein Bub, so heisst sie ganz gewiss, und wer bist denn du? Als er aber den Brief von Squire gesehen hat, hat es ihm einen ordentlichen Rücken gegeben. Er hat mir die Hand gegeben und ganz laut gesehen, aha, ich verstand, du bist unser neuer Kajüte, Bub. Freut mich, dich zu sehen. Und er hat mir einen festen Händedruck gegeben. Gerade in diesem Augenblick ist einer der Gäste plötzlich aufgestanden und aus der Tür gelaufen. Die hat sich ganz in seiner Nähe befunden und er ist sofort auf die Strasse verschwunden. Aber sein Pressieren ist mir aufgefallen und ich habe ihn auf den ersten Blick erkannt. Es war der Mann mit einem käsigen Gesicht, der zuerst in Admiral Bambo kam und ihm beide Finger gefällt. Oh, habe ich gerufen. Habe den, das ist ja der schwarze Hund. Was ist, da drauf gebe ich kein Pfifferling, hat der Silver gerufen. Aber er hat seine Zechen nicht gezahlt. Harry, lauf ihm nach und hebe ihn fest. Einer von den anderen Gästen, der ebenfalls ganz nahe bei der Türe gesessen ist, ist aufgesprungen und hat sich an die Verfolgung gemacht. Und wenn er der Admiral Hawke, wenn er seine Zechen zahlen soll, hat der Silver gerufen. Dann hat er meine Hand loslassen und gefragt, Wer, säst du, dass das sage ich? Der Schwaz war? Hund, Herr Silver, habe ich gesagt. Hat der Trelawney Ihnen nichts von den Piraten erzählt? Er ist einer von ihnen gesehen. So, hat der Silver gerufen. In meinem Haus. Ben, spring und hilf dem Harry. So, ist da einer von diesen Kerlen gewesen. Hör mal, Morgan. Ihr habt ja mit ihm getrunken. Könnt mal her. Der Mann, den er Morgan genannt hat, ein alter, grauhaariger Matrose mit einem mahargoni-roten Gesicht, ist mit einer ziemlich dämlichen Mine hergekommen, indem er sein Prim im Mund umgerollt hat. Also, Morgan, hat der Long John sehr ernst gesagt. Ihr habt doch sicher noch nie in eurem Leben früher den Schwaz, Schwarz Hund gesehen. Nicht wo? Gewiss nicht, Herr, hat der Morgan gesagt, mit einem Kratzfuss. Ihr habt doch seinen Namen gekannt, oder nicht? Nein, Herr, beim heiligen Donnenwetter, Tom Morgan, dann könnt ihr euch freuen, hat der Wirt gerufen. Hättet ihr mit einem solchen Kerl etwas zu tun gehabt, ihr hättet mein Haus mit keinem Fuss mehr betreten, da drauf könnt ihr euch verlassen. Und was hat er denn zu euch gesagt? Da, da weiss ich nicht mehr so recht, Herr, hat der Morgan geantwortet. Hättet ihr einen Kopf auf eurer Schulter, oder ist da ein verdammtes Kalbsgrösse, hat der Long John gerufen. Weiss ich nicht mehr recht. Auch nein, vielleicht wisset ihr auch noch mehr so recht, mit wem ihr überhaupt geredet gehabt habt. Jetzt besinnt euch mal, wovon hat er denn geplappert? Reise? Kapitän? Schiff? Raus damit? Weisst ihr es gesehen? Wir haben so von Kiel holen geredet, hat der Morgan geantwortet. Von Kiel holen? Ha, das ist ja eine recht passende Unterhaltung, Gott verdammt, sitz wieder her, ihr seid schon aufs Kopf. Während der Morgan wieder auf seinen Stuhl losgesteuert ist, hat der Sylva mehr in vertraulichem Ton, durch den ich mich sehr geschmeichelt gefühlt habe, ins Ohr geflüstert. Der Tom Morgan ist ganz ein braver Kerl, nur ein fürchterlicher Döskopf. Aber, ist er laut weitergefahren, lasst mich doch mal überlegen. Schwarzer Hund? Nein, diesen Namen kenne ich nicht. Ganz gewiss nicht. Aber halt, man ist doch so, ja, ich habe den Kerl schon mal gesehen. Er ist manchmal mit einem blinden Bettler zu mir gekommen. Jawohl, das hat der Tue. Das hat der Tue, darauf können sie sich verlassen, habe ich gesagt. Ich habe auch den blinden Mann gekannt. Piu, ist sein richtiger Name gesehen. Richtig, hat der Sylva gerufen. Jetzt ganz aufgeregt. Piu, da ist sein Name gesehen, ganz gewiss. Ah, der Kerl hat wie ein Haifisch ausgesehen. Wohhaftig. Aber wenn man den Schwarzer Hund zu fassen kriegt, dann, dann wird der Captain Trelawney aber Augen machen. Der Ben ist ein guter Läufer. Da sind wenig Sehleute, die besser springen können als der Ben. Er muss ihn einholen. Hand über Hand, Gott verdammt. Vom Kiel holen hat er geredet. Ah, der will ich Kiel holen. Die ganze Zeit, während er die Sätze vorgebracht hat, ist er auf seiner Krücke in der Schenkstube umgekumpelt, hat alle Augenblicke mit der flachen Hand auf den Tisch geschlagen und ist offenbar so aufgeregt gesehen, dass er einen Richter, das Old Bailey oder einen Polizisten von der Bow Street hätte von seiner Unschuld überzeugt haben können. Mein Verdacht ist wieder wach geworden, als ich den Schwarzen Hund im Fernrohr wiedergefunden hatte. Und ich habe den Schiffskoch sehr scharf beobachtet. Aber er ist für mich ein zu fixer Schauspieler und ein zu abgefeimter Schlauchopf gewesen und wo nach einiger Zeit die beiden Matrosen ganz aussen Schnauf zurückkommen sind und gemeldet haben, sie hätten ihm gedrängt, die Spur verloren und wäre ich selber für Spitzbuben ausgeschalten worden, da hätte ich mich ohne Bedenken für Long John Silver seine Unschuld verbürgt. Schau mal, Hawkins, hat er zu mir gesagt. Es ist doch eine verdammt harte Sache für einen Mann wie mich, wenn so etwas passiert. Nicht wahr. Da ist der Captain Trelawney. Was soll er davon denken? Da sitzt der verdammte Sohn von einem Holländer in meinem eigenen Haus und trinkt von meinem eigenen Raum. Und da lasse ich ihn von meinen Augen uns allen durch die Lappe gehen. Also, Hawkins, tue mir den Gefallen und stelle dem Captain die Geschichte ins richtige Licht. Du bist ja noch ein Junge und der ist richtig, aber du bist gescheit wie ein Dreierlicht. Da habe ich sofort gesehen, wo die Türe reinkam ist. Weißt du, die Sache ist doch so. Was hätte ich denn machen mit dem alten Stock Holz auf dem ich rumhumpeln, wo ich noch einen kriegstüchtigen Sergeant bei den Seesoldaten war? Da hätte ich ihn sofort am Wickel gehabt und da hätte er meine Fäuste kennengelernt. Aber jetzt? Plötzlich hat er geschwiegen und seine Onderkäufe ist runtergefallen, wie wenn ihm auf einmal etwas eingefallen wäre. Zeche hat er gerufen. Drei Lager rum. Jesus Gott, Gott verdammt. ich habe mich, ich habe die Sache vergessen. Und er ist auf eine Bank gehalten und hat gelacht, sodass ihm die Tränen über die Backe gelaufen sind. Unwillkürlich musste ich mitlachen und so haben wir beide gelacht, immer wieder von Frischem, sodass die ganze Schenkstube geträumt hat. Herrgott noch mal, was für ein grossartiges Seekalb ich doch bin, hat er gesagt und hat sich die Backe abgeputzt. Du und ich, wir beide müssen uns gut vertragen, Hawkins. Denn, bei meiner Seele, ich bin auch wie ein Schiffsbub. Aber hör mal, wir wollen uns parat machen. Ich gehe mit dir. So geht das nicht. Pflicht ist Pflicht, Kameraden. Ich will meinen alten Dreispitz aufsetzen und mit dir zum Captain Trelawney gehen und die Geschichte vom Schwarzen Hund melden. Dann schau mal, junger Hawkins, diese Geschichte ist ernst. Und wir beide haben hier nichts gleich gut abgeschnitten, wenn ich so sagen darf. Du bist auch der Meinung, oder was sagst du? Nein, gescheitze haben wir nicht gesehen. Gescheitze haben wir beide nicht gesehen. Aber hol den Teufel meine Knöpfe, der Streich mit meiner Zeche, der ist nicht schlecht gewesen. Und er hat wieder angefangen zu lachen und zwar von ganzem Herzen, dass ich wieder in seine Heiterkeit einstimmen musste, damit er nicht glaube, ich hätte den Witz nicht genauso gut verstanden wie er. Auf unserem kleinen Spaziergang am Cayen entlang hat er sich als sehr gute Gesellschaften gezeigt. Er hat mir allerlei über die verschiedenen Schiffe erzählt, an denen wir vorbeikommen sind. Über ihre Tagellungen, ihre Nationalität, ihren Tonnengehalt, wie das eine Schiff abgeladen werde und das andere die Ladung aufnehme und der dritte sich sehfertig mache. Und dabei hat er ab und zu eine kleine Geschichte von Schiffen von Schiffen erzählte und hat den Seemanns-Ausdruck so lange wiederholt, bis ich ihn vollkommen richtig konnte. Ich habe angefangen zu sehen, dass dieser Mann einen der besten Schiffsmaten war, der jemanden fanden. Wo wir in den Gasthof hineinkommen sind, sind Squire und Dr. Livesey zusammengehocken und haben einen Topf Bittenbier mit einer grössten Brotscheibe drinnen getrunken, um sich ein bisschen zu stechen, bevor sie an Bord vom Schonen gegangen sind, die sie besichtigen wollten. Der Long John hat die Geschichte vom Schwarzen Hund vom Anfang bis zum Schluss erzählt. Sehr lebhaft und vollkommen der Wahrheit gemäss. Ja, so ist es gesehen, nicht wahr, so ist es gesehen, Hawkins, hat er alle Augenblicke mal gesagt und ich habe es eben jedes Mal bestätigen, dass es wirklich so gesehen ist. Die beiden Herren haben bedauert, dass der Schwarze Hund der Voco ist. Aber wir sind alle der gleichen Meinung gesehen, nämlich, dass der beiden eben nichts mehr zu machen sege. Und nachdem die Herren ihre Zufriedenheit ausgesprochen hatten, hat der Long John wieder seine Krücke und die Achseln genommen und hat sich empfohlen. Und heute noch mit der Gamfieri alle Mann an Bord hat ihm der Squire nachgerufen. Jawohl, Herr, hat der Koch vom Gang zurückgerufen. Also, Squire, hat der Dr. Livse gesagt, ich habe im Allgemeinen nicht viel Vertrauen zu ihren Entdeckungen, aber da will ihnen sagen, John Silver gefällt mir. Der Mann ist einfach grossartig, hat Squire eifrig erklärt. Und jetzt ist der Dr. weitergefahren, darf der Jim sicher mit uns an Bord kommen oder nicht? Natürlich darf er das, hat der Squire gesagt. Nimm deinen Hut, wir wollen das Schiff besichtigen gehen. was besichtigen ein das Schiff ist ein verbrecht. Das Schiff das Schiff verbrecht. Untertitelung des ZDF, 2020